Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf Riesemarsch. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Hoffen wir, dass ihr eine schöne Weihnacht habt. Wir starten jetzt voll durch mit Düng auf der Wiese Nummer 18. Da werden wir einfach mal einen Kurs programmieren, länger besuchen. Geht schneller besuchen. Und dann ist das erledigt. Und da wird er gleich fertig werden. Na auftanken, da war doch was. Gut. 20 km h ist okay. Dann können wir gleich den nächsten unsere Ballen zur BGH bringen. Dann haben wir noch Ballen drüben auf der anderen Wiese noch bei der anderen BGH. Also Arbeit geht nicht aus. Irgendwie, das Gefühl. Da überlege ich auch, Mensch, machst du früher immer sechs Tage? Oder bleib bei drei Tagen bei? Oder gehe ich. Sprengen wir um auf sechs Tage, wenn nachher die vierfach kommt. Weil die Ernte ist ja viel Arbeit und im Grunde auch heftig. Aber Schauen wir gleich. Hier ist noch sieben Stunden. Acht Stunden. Acht Stunden. Neun. Achtzehn Uhr. Ja. Könnte man noch ein paar reinwerben. Jetzt fahren wir rüber zur anderen Wiese und holen den Rest. Aktuell wird auch die Feld 21 mit einer Hafer eingesät. Weil ich befürchte, so wie die auf links nicht reif wird. Unwahrscheinlich. Morgen ist Winter. Und Winter wächst du was nicht mehr. Genau wie der Hopfen. Naja. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Also Gras läuft immer. Ne. . barbara liegen gerne rum hier war schon sagen wir hier sechs war immer noch ab durch die mitte wo alle auch einmal kriegen wie immer dann würden wir unseren traktor auftanken dann haben wir ein problem so mehr ballen haben wir nicht zu liegen dann sind wir los zehn hier so so Bei der Maus außerhalb ist das Bild weg, bei mir jedenfalls, so der ist gleich fertig, Tja, habe ich nur untergeflüchtet. Im Grunde, jetzt haben wir den Monden weggenommen, haben das Hafer angenommen. Gekeimt, gepflanzt, dann gehen wir gleich auf die 27, 13 abgeerntet. Ja, Risiko, sagt man so, im Wachstum. Mal ganz kurz gucken. Gut, würde funktionieren. Das ist typisch. Dass der jetzt hier im Prinzip hier schnell kalbt. So, das heißt, ein Rasen. Und gleich mal nacharbeiten. Das ist im Frühjahr, schön, wächst. Nicht so wie die Mohnen, wo ich drei Tage geschlafen habe. Ich habe noch zwei Tage geschlafen. Ich glaube, einen dritten Tag auch noch, glaube ich. Und jetzt fehlt irgendwo alles. Leider. Bye-bye. Bye. 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 ich mache mal sehen wenn der k.i. bauer das ummogelt ich buckele das jetzt um deswegen weil ich mir sage ja das macht ja nur keinen sinn auf die metal zu warten und das alles verfault oder verdorrt oder ja verfault kann man sagen dann haben wir auch noch mehr verlust verlust haben wir schon deswegen weil wir im prinzip nichts geerntet haben ja gar nichts in dem sinne nur drei felder das sind die ersten beiden felder die am zweiten tag früher gemacht wurden die drei die drei und die anderen die alle dritten tag gemacht habe dann haben zweit gemacht und am dritten tag habe ich im prinzip die felder gemacht im frühling also ende frühlingprinzip später frühling und ist der grunde überhaupt nicht nicht mal in der nähe von reif gekommen so nächster da kommt auch harfe rein aus prinzip weil die felder so klein sind ja der hopfen geht weg was soll's wo lasse ich auch bestehen hopfen nehmen wir erste großen hier so in alten löschen kann sein dass wir da noch nachfüllen müssen aber ich glaube eher nicht dreimal und auf geht's so ist der flug noch bei da muss kalt drauf das trifft sich ganz gut gut dass der nicht gekalkt hat bis jetzt sagt er jetzt schon tag leer auf einen fleck ich dachte jetzt kann schon voll loslegen nee ist nicht da klappt aber frei nur mit flühen ich so wer weiß warum fertig gut da geht mal gleich zum hof das kleine fällt auf x-mahner das machen wir gleich selber die nummero 26 glaube ich ein bisschen weit weg ne maschine so leise hier ist auch schon eine kleine äckerchen mal korb ein einsauen mit dünger also düngeproduktion wäre nicht schlecht und und sagt gut wäre auch nicht schlecht das werde ich mir überlegen wenn wir das viermal anfangen dass wir das als erstes mitmachen dass wir das sofort wenn ich richtig sehe ist der raps geradeaus weg also ein feld hat der kalibauer schon mal geerntet beziehungsweise untergeflügt so koch grad essen wie gerade eine folge haben wir noch haben wir noch so kann man nicht so genau sein ups Leitplanke irgendwo Absicht, dass wir da nicht gerade ausfahren können also muss sagen Unkraut wächst sofort das war ja gar nicht mal naja gut das ist immer so wachsen soll das wächst so tanken müssen wir dann können wir noch die Gerätschaften reparieren das machen wir im Winter nachher die wir dann früher alle startklar sind dann kann man drüben die Wiesen noch machen tankt der jetzt überhaupt schon jetzt tankt der haha würde teuer wären wieder wo verbindet den BGA gar nicht ein naja gut ok doch so 28 und 24 ne ne 25 und 24 die beiden Wiesen irgendwann wird das hier alles ungeflüchtig gut ok 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 also da war kein Gras mit Rinde haha gut dann fahren wir zur nächsten Wiese Noch so eine Fläche, die wir umschwingen müssen. Ach, Mann. So. So, und den alten Kurs löschen. Gleich neu. So. Der ist bei. Dann haben wir hier noch einen Traktor oben. Den brauchen wir. Beziehungsweise wir müssen den... ...die Apparatur durchführen. Und eine... ...Waschung. Und dann können wir in die Garage reinrollen. Dann können wir eine nächste Sämaschine nehmen und entsprechend weiterarbeiten. So, liebe Zuschauer, das soll's für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Hoffen wir uns sehen und hören wir uns wieder zur nächsten Folge. Das ist dann heute Nachmittag. Zur zweiten Folge. Bis dann. Tschau. 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 Tschau.